Ein neuer S-Bahn-Tunnel soll in Hamburg mehr Platz für den Nah- und Fernverkehr schaffen. Vom Bundesverkehrsministerium und der Stadt Hamburg wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese hat gezeigt, dass das Projekt realisierbar ist. Etwa sechs Kilometer lang soll er sein, aktuell in fünf verschiedenen Varianten. Für den neuen S-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altona gibt es nun dank einer Machbarkeitsstudie grünes Licht. Der Ausbau der Verbindungsbahn ist eines der Schlüsselprojekte des Deutschlandtags. Es geht darum, dass die Bahn in Hamburg etwa 150 zusätzliche Züge jeden Tag in die Stadt fahren kann. Dass wir trotz dieser 150 zusätzlichen Züge mehr Pünktlichkeit, mehr Qualität in den Bahnverkehr bekommen. Und deswegen ist das ein Schlüsselbauwerk, um die Bahn in Deutschland und in Norddeutschland besser zu machen. Der Tunnel soll sich vom Hauptbahnhof über Dammthor bis zum neuen Fernbahnhof Dippsteig in Altona erstrecken. Eine Variante könnte sogar exakt entlang der aktuellen Linie zwischen Hauptbahnhof und Altona verlaufen. Jeweils zwei weitere südliche und nördliche Varianten sind möglich. Vom Aufbau haben alle Varianten drei Unterwegshalte bekommen. Gesetzt war Dammthor und zwei weitere Stationen. Zum Beispiel über Schlump oder Feldstraße. Eine dieser möglichen Haltestellen könnte sogar zu einer neuen Regionalhaltestelle werden. Es ist so, dass wir glauben, dass wir an der S-Bahn-Holzenstraße und der S-Bahn-Sternschanze in Zukunft prüfen werden, ob wir Regionalbahnhaltestellen einrichten können. Das würde natürlich neue Fahrbeziehungen aus diesen Bahnhöfen ermöglichen und zu diesen Bahnhöfen. Sie können dann zum Beispiel ab der Holzenstraße direkt zum Bahnhof Lüneburg fahren. Sie können ab Emshorn direkt bis zur Sternschanze fahren. Zu den Kosten, ursprünglich auf 2,6 Milliarden Euro geschätzt und Baudauer konnten heute keine Angaben gemacht werden. Bis Ende dieses Jahres soll die Entscheidung für eine Variante stehen. Ein Mitspracherecht sollen auch die Anwohnenden und Betroffenen bekommen. Und dann... ...